Sehr gut, schön gefangen. So, wo war das jetzt? Wo war das denn eigentlich? Ah, hier war das. Oh, das stöhnt ja. Jetzt, ey. Oh! Wo sind die ganz Nandy, Leute? Acht, Leute, wo sind die denn? Oh Gott. So. Wenn noch jemand ein Glitch hat, sagt mir Bescheid, sonst ist das der letzte hier für heute. Auto parken. Und hier hochklettern. Sagt mir jetzt schon Bescheid, sonst ist das der letzte. Lass mich hier hoch. Hopp, hopp, Bakura, hopp, 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 hops, hops. So, anders funktioniert der Glitch hier nicht. Hier an der Wand lehnen. Bitte, alle an der Wand. Okay, gut. Da versuchen wir noch welche hochzukommen. Jessie ist auf der Seite. Doops ist da noch. Das ist ein cooles Bild. Sehr cooles Bild. Mal ein Sandmüll wieder. Ja, schön. Wo seid ihr? Kommt ihr auf der Seite, hier hoch müsst ihr. Ihr müsst einmal außen rum, sonst kommt ihr da nicht hoch. Genau, da hinten rum. So, gleich müssen wir hier alle runterspringen, dass wir runterrutschen. Wisst ihr? Wir müssen da unten rein. Mal sehen, wer zuerst da unten drin ist. Hier an der Wand stellen. Genau. Schöne Kette. Da kommt es auch noch. Genau. Stellt euch alle an der Wand. An der Wand stellen. Kommst du bitte auf der anderen Seite? Ich krieg dich nicht mehr drauf. Auf der anderen Seite. Ne, ähm, Güven. Geh mal auf der anderen Seite. Güven. Ah, sonst mach ich das mal eben. Nein, 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 nein. Ah, Mann. Ah, Mann. Du bist ja schon drin. Warte mal, ich komm nochmal hoch. Ich komm nochmal hoch. Ah, Bakura, was ist mit dir los? Hä, das Wasser? Seit wann das denn? Was ist mit dir denn los? Lili. Ähm, warte, ich komm nochmal hoch. Am besten da hinten, wo die Autos waren. Komm mal am schnellsten hoch. Da kommst du nicht hoch. Gib Gas, gib Gas, Bakura. So, spring, 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 spring. Hopps, hopps, hopps. Oh, Bakura. So, hier kommst du nicht wieder hoch. Ah, geh doch erstmal runter hier. Hopp. Ich komme, Leute, schon an der Wand lehnen. Ich muss als zweites. Lass mich vorbei. Macht mal ein bisschen Platz. Lass mich mal hier zwischen. Genau. Kriegen wir alle drauf? Ja, kriegen wir alle auf dem Bild drauf. Schön. Guckt alle auf der Seite. Andere Seite, wo ich hingucke. Auf der Seite. Wie das aussieht. Schön. Gut. Und jetzt müssen wir runter rutschen. Wer zuerst drin ist, hat gewonnen. Letztes Spiel. Ah Mist. Einer hat es geschafft. Oh, noch einer. Ne, doch nicht. Einer nur. Schön drinnen bleiben. Weiter nochmal. Wir müssen härter runter fliegen. Rückwärts runter fliegen. Am besten. Gewonnen. Ja, ich habe gewonnen. Ja, ich habe gewonnen. So. Hups. Kura. Du musst es jetzt schaffen. So. Ja, 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 ja. Komm, Bakura. Ja, 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 ja. Geschafft. Na, du. Na, alles klar bei dir? Oh, guck doch mal. Wer hat sie noch geschafft? Oh, noch einer. Oh. So, gleich verabschieden wir uns hiermit. Also. Machen wir einen Fight nach. Ein Fight Night. Zum Schluss. Ein Fight Night. Nur mit Schlagring. Schlagring ist gut. Benutzen wir zu selten. Wenn das gut war. Na, schaffen die das da oben noch? Ja, trink noch einen. Kannst schlagen, wenn du besoffen bist. Ich sehe nichts. Ich weiß, da kann man auch hin. Wollen wir uns da oben drauf stellen? Genau, hier schlagen wir, ne? Was? Du noch einmal? Ähm. Welchen denn? Ist er hier in der Nähe? Reins? Müssen schon auch alle reinkommen. In den Glitch. Guck mal, da oben laufen die. Ich glaube, die schaffen das nicht. Oder? Du musst runterrutschen. Rückwärts eigentlich. Reinspringen. Am besten. Oh, springt. Yes. Jessie schafft das schon. Ja, ja. Ja, geschafft. Geschafft. Nein! Sie ist angehalten. Aber er auch angehalten. Oh, oh. Ja. Der Präsident hat es geschafft. So. Noch eine Schlagparty hier. Drei. Zwei. Eins. Go. Oh, ich bin schon wieder tot, ey. Okay. Okay, noch ein Glitch. Noch ein Glitch. Noch ein Glitch. Dann benutzen wir wieder, ähm, die Flasche. Da habe ich die anderen Sachen gerade nicht. Ich weiß nicht, warum. Den Hammer habe ich nicht mal. Ja. Oh, hier bin ich ganz. Na komm. Gewarnen. Jackie hat gewarnen. So. Dann erstmal nochmal zurück hier. Auto holen. Kommerz. Ja, ja. Du darfst. Letztes Mal jetzt. Wir werden das noch öfters machen. Das war cool. Ich werde erstmal mein Auto holen. Ja, ja, ja. Da haben wir nicht heute so viele. Keine Ahnung, was für ein Tag ist heute. Das waren wir mal volle Besetzung. Wie immer. So. So hinter, äh, meins sind der ja. Sorry, Cops. Der Cops hat, bitte wegmachen. Letzter Glitch. Letzter Glitch. Letzter Glitch. Hey, what's up? Oh, how can I help? So, hat jemand Kotz noch? Dann macht die bitte weg. Oh hey, you're in trouble. Hm. Okay. Die sind unnötig. Was ist er denn jetzt? Reins, wo bist du denn? Wo ist er denn? Da unten ist er. Wartet mal. Hier muss, muss man haben. Ah, toll. Oh cool, du bist ein Lappen. Äh, Bekurren Mann. Fah. Da unten ist noch der Mensch. Wo ist er denn? So, hier. So, alle hier einparken. Hier ist ein guter Parkplatz. Machen wir das Finale hier. Okay. Kenn ich noch gar nicht. Oh, hier ist Garage. Und wo ist Reins? Sehr geil. Da vorne bist du. Jetzt fall ich raus. Er fallt auch raus. Wir fallen. Wir fallen. Ne, da muss ich lang. Ah, den kenn ich noch gar nicht. Gut, gehen wir alle da rein. Hopp. Nein, jetzt fall ich schon wieder raus. Mist. Wieder nach vorne. Oh, das leckt alles hier schon wieder. Da hat er. Da ist auch voran. Was passiert hier denn? Kora, aussteigen. Und ran. Hof hier. Ey, quetscht mich nicht ein. Kora gefällt das nicht. Wie er mit ihnen umgeht. Ja, ist klar. Komm. Steh doch auf. Oh, der ist halt weg. Keine Probleme. Komm, wie der ist. Nein, schon wieder ist er. Ah, Bakura. Ey, Jessie. Was hast du gemacht? Nicht. Steh ich gerade auf, ey. Und dann passiert sowas. Achso, ja, okay. So. Jetzt aber alle da rein, ohne sich umzubringen. Ja, jetzt. Jetzt. Nein. Warum habe ich es vorhin geschafft, aber jetzt nicht? Ich falle da immer durch. Warum? Was ist das? Warum schaffe ich das jetzt nicht? Fahr mal das Auto weiter vor. Ich fahre mal zurück. Geh mal weg da. So, aussteigen. Ja, jetzt. Genau an der Kante. Genau an der Kante. Genau. Ja. Nicht, dass ich brenne. Leute. Nicht, dass ich brenne. Ihr müsst genau an der Kante. Genau an der Ecke. Und dann ganz schräg laufen. Wie das erste, was wir heute hatten. Nein, nein. Genau an der Ecke. Genau an der Ecke. Ganz an der Seite. Weiter. An der Motorhaube hoch. Das schafft ihr nicht. Ganz vorne an der Motorhaube. Genau. Genau. Ja, ja. Richtig. Richtig. Ja, er hat's geschafft. Er hat's auch geschafft. Und gleich abbiegen. Auf der Seite hin. Hinspringen. Genau an der Ecke und dann an der Seite. Ihr macht's so... Ihr müsst genau hier vorne hin. Genau hier vorne, wo ich stehe. Was kommt hier dann nicht hoch? Alkoholikerin. Ja, ja. Ja, jetzt hat sie es geschafft. Jetzt. Und hier rüberspringen. Genau. Gleich abbiegen. Ja, ich spring da immer zu weit. Zu weit. Hopp. Schaust du auch noch. Nee, du machst das falsch. Du musst hier vorne weiter hin. Nee, jetzt springst du da wieder hin. Mach das falsch. Nee, die wird das gar nicht schaffen. Genau. Jesse macht das richtig. Aber irgendwie fliegt die da... Da, jetzt. Jetzt hat sie es geschafft. Gut. Jetzt verabschieden wir uns hier erstmal. Danke, dass ihr eingeklickt habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Los, Fight Night. Mit Flasche. Mit Flasche. Flasche. Hier sind schon so viele Flaschen. Fight Night. Ja, ich schlag wieder in der Luft. Ey, ja. Abgestochen. Ja, 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 ja. Ja, nimm das hier. Und ja, ja, ja. Nimm das, ja. Und du auch. Oh, oh. Ciao, Leute. Ciao, Leute.